Ihr seid eine Band, aber die Hälfte von euch kommt aus Berlin und die andere Hälfte kommt aus Trier. Sagt mir nochmal, wer kommt aus Trier? Hände hoch, wer kommt aus Trier? Ihr zwei? Und ihr seid aus Berlin? Ja, genau. Wie findet man sich als Band zusammen, wenn man in zwei ganz entgegengesetzten Richtungen lebt? Ganz einfach. Wir kommen alle ursprünglich aus dem Saarland. Zuerst ist Antonino nach Berlin gegangen und jetzt bin ich nachgekommen. Die anderen beiden sind in Trier und es funktioniert wunderbar. Das ist eine ganz schöne Strecke, oder? Ja, aber hier Ryanair macht es möglich. Fliegen ist relativ günstig. Deutsche Bahn, ein paar Angebote abstecken und dann geht das schon. Und dann immer so richtig volles Programm, den ganzen Tag proben, rocken, aufnehmen? Ja, ja, also das müssen wir schon ausnutzen. Also ist ja auch nicht so günstig, da rumzureisen. Deswegen sind wir auch das ganze Wochenende nur im Proberaum und gehen auch kaum weg dann. Die Kamerafrau fällt um. Ja, und ziehen das dann stramm durch. Das klappt auch sehr gut dann. Okay. Was habt ihr euch für das neue Jahr vorgenommen? Wie geht es weiter mit Mega Mega? Ja, wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge Konzerte spielen nächstes Jahr. Wir werden auch sehr oft in Berlin sein, also sehr oft in Berlin spielen wollen. Und ja, was dann irgendwann im Laufe des Jahres eventuell eine Platte aufnehmen. Ja, mal sehen. Also 2010 wird ein gutes Mega Mega Jahr. Ein Mega Jahr? Ja, auf jeden Fall. Also Plan ist, dass wir alle nach Berlin ziehen, also die restlichen Jungs auch kommen und wir dann wirklich so richtig hart jeden Tag proben können und dann klappt das auch. Hart, hart ist geil. Hart, hart. Du bist in der Ecke, weißt nicht, wie du nach Hause kommst. Ich seh nicht lächeln, zu spielen deinen Lieblingssong. Mit meiner Monatskarte kann ich dich schon mitnehmen. Mit meiner Monatskarte kann ich dich schon mitnehmen. Wer ist überhaupt für den Monatskartensong verantwortlich? Hast du den geschrieben? Ja. Wie bist du drauf gekommen? Also ich besitze eine Monatskarte und da kann man hier in Berlin immer jemanden mitnehmen am Wochenende und unter der Woche ab 8 Uhr. Und ich finde halt, das ist echt eine super Sache. Also wenn man jemanden kennenlernt, dann sag ich, komm doch einfach mit mit meiner Monatskarte. Es gibt von Mega Mega nicht nur diese wunderbaren Aufkleber, habe ich gerade erfahren, sondern ihr habt auch richtig Merchandising. Was gibt's alles? Oder beziehungsweise was gibt's überhaupt? Es gibt T-Shirts von uns. Es gibt wunderschöne T-Shirts mit sogar Porträts von uns vieren. Ein Must-Have. Das heißt, vier verschiedene T-Shirts oder ihr alle zusammen auf einem T-Shirt? Ja, wir alle zusammen auf einem T-Shirt. Also von jedem sind vier Bilder drauf. Also insgesamt 16. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen an dieser Stelle, wir sind gleich da, wir sind gleich angekommen. Ich danke euch ganz vielmals. Und ganz vielmals? Ich danke euch vielmals. Wir danken euch. Wir danken euch hier. Und Leute hinter der Kamera. Und genau. Jetzt geht's ja in 2010. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück für 2010. Und wir hoffen, dass wir noch ganz, ganz viel von euch hören. Ganz viel Shows. Und wir wollen eine Platte von euch. Ja, kriegt ihr bestimmt. Ja, kriegen wir. Cool. Tschüss in der Ecke. Weiß nicht, wie du nach Hause kommst. Ein großes Lächeln, bevor ich zu dir rüberkomme. Mit meiner Monatskarte kann ich ein Stück mitnehmen. Mit meiner Monatskarte kann ich ein Stück mitnehmen.